du hast ganz viel sludge ist es leer du hast keine energie das ding hat doch noch energie hier warum gibst du nicht raus sehr komisch aber gut klar war problem ist verständlich ich fülle mal die crucibles unten von hand auf damit wir hier nicht totalen stillstand haben währenddessen wird ja wenn ihr die kraft kristalle geschreddert damit wir ein quads das kommen damit wir mehr kabel bauen können damit das ganze system hier auch mal irgendwann funktioniert wir können die schon mal so einstellen dass sie bitte koppel exportieren sollen so koppel koppel ich glaube wir haben jetzt alle erwischt sehr gut einen kleinen toast genommen und dann gucken wir wie weit das mit dem quads ist tierisch viel zeug was wir machen müssen so ein stack was das passt du da rein du da rein das glas wird noch nicht fertig sein bei weitem nicht aber vielleicht können wir schon mal einen kleinen schwung machen und nebenbei das hier einsacken 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 kupfer pulverized tin redstone ist gut die kommen mit metalle was braucht man da gerade kupfer haben wir genug den haben wir genug blei haben wir genug es ist echt nur eisen und davon haben wir nichts mehr wir sollten trotzdem regelmäßig andere sache einschmelzen was haben wir noch keine schmelze drin also das eisen kann das noch aus klick 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 9 18 7 er musste genau aufgehen wir haben noch hin und brauchen also haben wir das gemischt blei blei können wir ganz viel einschmeißen also nehme ich hier bitte ein stack blei wenn das hoch zack rinder reisen 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 zerlegen so glas das ist ein anfang müsste ein stack werden sogar mehr sehr schön das reicht hoffentlich für die kabel wenigstens zum me system hin so gibt mir kabel da 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 mehr kabel mehr flug ist das flug ist erst mit plastik ganz viel wir haben kein plastik mehr das sollten wir auch demnächst wieder angehen also sollten oben die normalen setzt länge durch baum setzt länge wieder ersetzen wird dann plastik kommen so flugs das haben wir zwar ein bisschen das ist gut dann hätten wir gerne wieder gabel da da das sollte vorsorge machen so 62 gabel das sollte auf jeden fall reichen um von da bis nach hier zu kommen das heißt ich mache mir jetzt wieder so einen komischen peil hierhin ist okay die werden später abreißen werden und ich kann nichts sehen wie im doofen ding da wo wir gerade hier oben sind könnten wir das jedoch auch alles abreißen ja weg 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 du kriegst später auch noch ein exporter jetzt bist du erstmal nicht so wichtig du hast viel zu viele setzlinge drin die brauchen wir gerade gar nicht so dass wir die falsche richtung du kannst weg so hier eure mit ich was machst du also du warst für irgendwas da oben zuständig für das abpumpen von dem planter da lang taunal ist wir brauchen erstmal wieder ein bisschen Boden unter den Füßen. Zieh schon mal ganz durch und dann passt das auch. So, da ist das Kabel. Kabel, Kabel. Dann sollten sich die Crucibles zumindest schon mal alle durchgehen mit Koppelfüllen. Wir haben ja auch noch Koppel im System. So, sehen wir da irgendwo irgendwas? Wir sind schon durchgehend voll, glaube ich. Ja, okay. Gucken wir einfach ein paar Folgen noch mal hin, ob die immer noch befüllt sind. Dann muss da noch ein Exporter hin und langfristig da an dem Ignis Extruder auch noch einen Importer, damit wir einen Cobblestone Nachschub haben. Eilt jetzt nicht, weil wir müssten noch zigtausend im System haben, aber für später wäre es schon mal schick. Du kannst weg. So, du kannst weggehauen werden. Kommen wir gar nicht an. Okay, müssen wir von oben machen. So, weg. Weg. So. Nächster Schritt. Die Pulverizer. Die Pulverizer müssen arbeiten, sonst kriegen wir keine Ressourcen. Also Pulverizer und Zifter. Was brauchen wir primär gerade? Eisen. Das heißt, wir stehen... Ja, jetzt müssen wir hier noch eine Verbindung machen. Hoch, 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 hoch. Wir brauchen da, da, da und hier irgendwo. Ja, richtige Höhe. Gut. Dann da lang, da lang, da lang, da lang. Einfach irgendwo verbinden. Das System findet schon selber raus, wo es lang muss. So, und dich fühlen wir jetzt gerade erstmal händisch. Damit. Die klickern schon durch. Okay. Gravel bitte aus dem System. Oh, da können wir noch einen Exporter bauen. Ich denke nicht, da fehlt wieder dieser schwarze Block und da fehlt das andere Ding. Dann fehlt da wieder irgendwas und hier wieder irgendwas. Und ich habe wieder das falsche Ding gedrückt. Du. Exporter. Schwarzer Block, komischer anderer Block. Ja, Goldchips fehlen auch schon. Ja, ME-System zum Müllen. Wir können aber den Precision Exporter nehmen. Braucht man eh nicht ganz so häufig. Rein, 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 rein. Du hast schon einen Importer, ne? Ja, sehr schön. Das System läuft ja schon. Also, ne? Das Ding ist durchgedrückt am Rütteln zusammen mit seinem Kumpel. Das Zeug kommt in die Kiste, das wird abgesaugt und ins E-System geschmissen. Wir müssen jetzt noch die Schmelze irgendwie anschließen. Oder Redstone Furnaces. So, du kriegst jetzt aber erstmal einen Exporter. Und dich stellen wir so ein, dass momentan nur Kies da rein schubst. Und zwar ruhig stackweise. Anscheinend haben wir nicht mehr Kies im System. Ernsthaft? Wir haben nicht mal ein Stack Kies. Doch, wir haben mehr als ein Stack Kies. Warum, warum klappt das dann nicht? Ist durchgehend aktiv. Bewegt ganze Stacks. Lässt du dich nicht von... Achso, wir haben keinen Eingang deklariert. Das ist natürlich verständlich. So, jetzt müsstest du dich ganz schnell füllen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, wir bekommen wieder Diamanten. Wir bekommen wieder Emeralds. Wir bekommen die ganzen Erze. Auch wenn es diese komischen Krudelerze sind. Aber ist mir egal. Das wird automatisch eingesaugt. Nachschub haben wir noch keinen. Aber wir haben 1200 Gravel, die erstmal gerüttelt werden müssen, bevor da irgendwas passiert. So, Diamanten haben wir einen. Ich hätte gerne noch einen Diamanten. Und dann bauen wir noch einen Rüttler. Damit wir ein bisschen hinterher kommen. So, nächste Zwischenschritte. Wir brauchen Anschluss hier. Und dann da hoch. Das ist der Anschluss für die Fluid-Exporte, die wir noch gar nicht haben. Die später hier die Lava reinpumpen. Und hier für die Importer von den durchgerüttelten Sachen. Hops. Durchgerüttelte Sachen. Kommen dann hier ran. Das geht alles hoch. Hoch, 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 hoch. Hoch. Und verbindet sich da hinten mit. Wobei ich da hinten noch nicht hinkomme, was doof ist. Kann ich das hier irgendwo... Ja, ein Zwischendinges da fehlt. Au. Irgendwo ist gerade ein Enderman gestorben. Du... Kommst du jetzt da ran? Hops. Hops. Ups. Ja. So. Und ein Enderman verendet gerade in den Punchy-Sticks. Das klingt echt schmerzhaft. So, da. Hoch, 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 hoch. So. Okay. Das heißt. Drei Exporte. Drei Importe. Fluid Exporte. Fluid Storage. Ja. Und dann das Lava-System anschließen. Also die Crucibles. Apropos Crucibles. Kriegt die durchgehend neue Steine. Wie es sich gehört. Ja. Kommt ganz weg. Das läuft doch darum. Das läuft darum. Hier können wir weiter auseinander nehmen. Die Sachen brauchen wir ja nicht mehr. Glaube ich. Hoffe ich. Ja. Okay. Weg, 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 weg. Macht nur Unordnung und Unübersichtlich und alle möglichen anderen Unsachen. Weg. Du weg. Okay. Dich lassen wir da stehen. Für dich brauchen wir auch noch einen Importer. Kommt aber auch später. Die endlose Wasserquelle hier. Ja. Keine Ahnung. Das kann weg. Du bist leer. Kannst auch weg. Endlose Wasserquelle müssen wir echt gucken. Theoretisch können wir das Ganze hier über Aquius Accumulator machen. Und die pumpen das dann später über Fluid Importer ins ME-System. Dann haben wir durchgehend genug Wasser im ME-System. Und dann lassen wir alles darüber laufen. Dann brauchen wir auch keine Wasserquelle mehr. Was dann hier aber auch wieder Platz und optisch doch recht schick aussieht. Also weniger Platzprobleme. Und es sieht besser aus als das hier. Tiffany D. So. Den Soul Sand Generator. Den können wir auch da hinten irgendwo aufbauen. Der ist da ein bisschen unpassend. Ja. Eisen. Iron. Wir haben ein ganz bisschen Iron bisher bekommen. Das wird mit unserem Hauptproblem sein. Dann können wir das Glas von oben noch abholen. Du bekommst erstmal das da alles. Das Blei kann raus. Klick, klick, klick. So. Schön viel Glas. Oh. Und die Rubbersetzlinge. Haben wir noch Rubbersetzlinge? Ja. Haben wir. Dann hätte ich gerne. Kurzfristigen Zugriff auf den Planter. Genau. Auf dich. Und wir hätten gerne das hier alles raus. Wir hätten gerne das da alles rein. Ach so. Und so. Dann muss das dort wieder hin. Wo ist das dort hin? Da. Dort wieder rauf. Und das hier alles einmal weghauen. Dann müsste er theoretisch alles nach und nach ersetzen durch. Genau die da. Die werden dann abgeholzt. Wir kriegen komisches orangenes Holz. Was doof aussieht. Aber es tut, was es tun soll. Oh. Und wir müssen noch. Kamikaze. Wir müssen noch. Hier einstellen an dem Exporter. Dass er nicht mehr die da exportiert. Sondern die da. So. Jetzt kriegen wir komisches orangenes Holz. Aber wir kriegen auch Rubber. Also Raw Rubber. Das dann erstmal noch. Gebrannt werden muss. Zu Raw Plastic. Und Raw Plastic können wir benutzen. Um das Rezept zu strecken. Für die Kabel unter anderem. Das heißt auch dafür. Sollten wir in Redstone Furnace. Gucken wir mal das kurz. Davon sollten wir ganz viele bauen eigentlich. Und den kriegt jeder Gegenstand einen eigenen Furnace. Und dann haben wir damit auch kein Problem mehr. Dann ist es vollkommen automatisiert. Das heißt alles was an. Schmilzbaren Sachen reinkommt. Wird automatisch eingeschmolzen. Zum Beispiel die goldenen Chips. Oder Diamanten Chips. Sand. Na Sand sollten wir nicht vollautomatisieren. Sonst haben wir später keinen Sand mehr. Sondern nur noch Glas. Das ist dann ein wenig unpraktisch. Aber ja. Davon brauchen wir definitiv mehr. Dafür brauchen wir wieder Clay. Und Clay ist doof. Und das ganze Zeug kann wieder ins System. Oh. Auch sehr hoch auf unserer Prioritätenliste. Mehr Chips. Weil das sieht nicht gut aus. Storage. Wir haben noch zwei Storage Sales. Das ist gut. Und wir sind schon wieder am falschen Gerät. Ich hätte gerne Storage. 64k. Ne das dauert noch. Was fehlt? Glas fehlt. Das ist kein Problem. Da und da. Ein Chip. Noch ein Chip. So. Schon besser. Wir sollten mittelfristig aber auf die anderen K-Chips umstellen. 1K ist echt ein bisschen wenig. Aber so reicht das schon mal eine ganze Weile. Guti. Also ich habe im Laufe dieser Folge recht viel runtergerassert, was noch alles gemacht werden muss. Mit den ganzen Importern und Exportern und Kabeln und was weiß ich. Das werden wir in der nächsten Session angehen. Und dann wahrscheinlich auch die Quest, wo wir das Fluid-Ding bekommen. Also die Dinger müssen wir machen, um das hier zu bekommen. Ein volles Leben. Vier Interface-Teile, die man immer braucht. Ein Bag. Und ein Yellow-Hard-Kanister. Die Dinger sind sehr praktisch. Die sorgen dafür, dass man Über-Cap-Lebenspunkte hat. Momentan haben wir hier 10 Stück. Wenn wir davon jetzt einen reinstellen, haben wir glaube ich 10,5 oder 11. Da kommt dann nochmal eine neue Anzeige über die roten Herzen rüber. Die ist dann gelb. Das heißt, man kann dann bis zu 20 Herzen haben. Und wenn man dann die grünen Kanister noch benutzt, dann kann man bis zu 30 Herzen haben. Und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das geht glaube ich bis 40 am Ende hoch. Was schon ziemlich überbauert ist. Aber ja, ist definitiv auch praktisch. Aber danach, die Questa, die müsste das sein, wo man am Ende die Flüssigkeitschips bekommt. Oder einen sehr großen zumindest. Und das spart uns schon mal Ressourcen. Also da werden wir auch noch hinschielen. Jo, sehr schön. Das ME-System entwickelt sich prächtig. Es assimiliert langsam alle Maschinen. Verknüpft alles auch einigermaßen ordentlich. Alles schöner Decke lang. Keine komischen Kabel mehr, auf die man langlaufen kann. Hier zumindest. Und wir müssen jetzt nur nach und nach die Sachen optimieren. Damit das alles soweit klappt. Und dann können wir uns auch mal um ein anderes Projekt kümmern. Wobei ich sagen muss, gerade das Optimieren mit dem ME-System macht mir mit am meisten Spaß. Aber es wird uns auch immer wieder noch auffallen. Also jedes Mal, wenn wir mit dem neuen Mod-Paket anfangen, kann man da mit dem ME-System was dran rumfremeln, dass es wesentlich einfacher funktioniert. Aber das müssen wir dann schauen, wenn wir soweit sind. Also bis denn. Dann.